Hey, hey, hier ist der Wabendribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf Podcast Folge 62. Michael, wie geht's dir? Mir geht's blendend. Natürlich, aus sechs Punkten, aus drei Spielen kann's nur gut gehen. Klassenerhalt ist geschafft. Yay. Kurzer Applaus, Frequenz hier. Das ist gut für die Ohren. Genau. Das ist immer schön, denn wir haben jetzt gelernt, Sorgen muss man sich immer im Leben machen. Das Zitat von Dieter Hecking, das hat er nach dem Gladbach-Spiel gesagt und schuppdi-dupp, mittlerweile ist er weg. Aber wir sind nicht hier über Dieter Hecking zu sprechen, ob er vielleicht nach Schalke geht, sondern wir sind hier, um darüber zu sprechen, dass wir nächste Saison pinke Heimtrikots haben werden. Ja, das war ein überragender April-Scherz, statt einem runden Fortuna-Logo mit einer Raute als Fortuna-Logo. Ja, haben nicht alle Leute verstanden, dass das ein April-Scherz ist. April, April? Ja, falls ihr es bis heute noch nicht mitbekommen habt, hängt euch auf oder jetzt wisst ihr es. Die Idee war trotzdem lustig und es ist doch super umgesetzt gewesen, auf jeden Fall. Ich war trotzdem entschuldigung, wie viele es tatsächlich geglaubt haben. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Trikots. Also ich fand es auf jeden Fall gut, weil die haben so viele Sachen aufs Trikot gemacht, die die Fans abfacken. Das heißt ja, sie wissen, was sie auf keinen Fall aufs Trikot machen sollten, sonst könnten sie es ja nicht als umgekehrt extra machen. Die haben da eigentlich bei der S8 eine Ahnung oder vielleicht hatten, vielleicht, aber ich spoiler schon mal, darüber kommen wir nachher nochmal zurück. Genau, Sorgen muss man sich immer machen im Leben und das machen wir gerade. Schöne Mitteilung noch, Fink hat um ein Jahr verlängert, also unsere Kapitän, unser Leader, unsere 36 Jahre alte Fußballmaschine marschiert auch in der Saison 19-20 weiter in Rot-Weiß. In der Bundesliga. In der Bundesliga. Micha, Fink ist eine gute Verlängerung. Denkst du, der kann nächste Saison nochmal genauso krass durchstarten wie dieses Jahr oder Mainz nächstes Jahr ist vielleicht nicht mehr 100% Power drin? Ja, ich glaube, man merkt langsam auch schon, dass er in die Jahre kommt und dann häufiger mal nicht spielt oder dann mal kleine Wehchen hat. Aber er ist auf jeden Fall charakterlich eine Bereicherung für die Mannschaft. Ja, das finde ich auch. Müssen wir noch über diese komischen, a few japanische Marken-Sneaker reden? Ja, also können wir machen. Ich finde es eigentlich eine coole Sache, dass es dann halt, sage ich mal, noch ein weiteres Merchandise-Produkt gibt und verstehe nicht, warum sich darüber dann Leute irgendwie aufregen. Ja, es ist halt irgendein Ding, was halt voll teuer ist. Es sind halt Schuhe, die halt 150 Euro, wenn die sogar mehr kosten, wenn du ein T-Shirt auch haben willst oder sowas. Dem Schal, der auch cool ist, bis halt bei 300 Euro und das ist halt für einen normalen Fan irgendwie nicht zu bezahlen. Ja, muss man ja auch nicht. Man wird ja nicht gezwungen, die Schuhe zu kaufen, sondern wenn du die cool findest, dann bezahlst du die vor allem 150 Euro. Da sind, sage ich mal, bei so Markenschuhen ist das schon ein normaler Preis, sage ich mal. Es gibt Leute, die geben sowas für Fußballschuhe aus. Also, ja, man wird ja nicht gezwungen, die zu kaufen. Wenn man sie nicht kaufen will, dann kauft man sie halt nicht und dann ist die Sache gut. Ist auf jeden Fall für alle Schulsammler ein cooles Easter Egg. Ansonsten gegen Gladbach zu Hause gelang uns ein 3-1-Sieg, Bombenstimmung, geile Choreo, Taktik war ein 4-3-3. Es war ein Fest, sage ich nur. Fortuna ist halt überragend ins Spiel gekommen, nach 16 Minuten 3-0 geführt. Ja, hat mich überrascht. Ich habe vor dem Spiel gedacht, wenn wir einen Punkt mitnehmen, wird schon gut. Aber dass es dann eigentlich so ein souveräner Sieg wird, hat mich ein bisschen überrascht und sehr gefreut. Ich würde nicht sagen, Gladbach war nicht grundsätzlich die bessere Mannschaft. Der Zweite hatte er auf jeden Fall. Aber Gladbach fehlte halt einfach die Möglichkeiten. Die kamen nicht gefährlich fürs Tor. Wir haben gut geschafft, immer wieder auf die Flügel zu verlagern. Die hatten keine kreativen Ideen. Die hatten mehr Ballbesitz. Die haben auch den einen oder anderen Defensiv-Zeitkampf mehr gewonnen. Aber du kannst sagen, Fortuna hat drei Konter gemacht, drei Tore geschossen, keine großen defensiven Fehler gemacht. Der Rensing hat auch eine geile Parade dabei. Und dann gewinnst du, meiner Meinung nach, als Underdog eine Partie mit 3-1 einfach verdient. Ja, vollkommen. Also auf jeden Fall vollkommen verdient das Ergebnis. Ich glaube, Gladbach hat uns einfach unterschätzt. Gladbach hat gedacht, das wird wieder wie im Hinspiel so ein lockeres 3-0. Ja, hat der King im Nachhinein auch gesagt. Vielleicht haben wir das nicht so ganz krass wahrgenommen. Für die Düsseldorfer war es einfach ein Derby. Für die Düsseldorfer war das einfach ein besonderer Anreiz. Die wollten hier den nächsten Schritt für den Klassenerhalt schaffen. Und wir sind dahin gefahren. Keine Ahnung, wie du nach Augsburg fährst und wollten das runterreißen. Er hat auch gesagt, vielleicht müssen wir das in Zukunft des Düsseldorf-Derby dann was ernster nehmen. Das habe ich von einigen Gladbachern gehört, dass das gar nicht so richtig als Derby angesehen wird gegen Düsseldorf. Ja, wir haben es halt umgesetzt. Wie wäre es halt das Derby schlechthin gewesen für uns dieses Jahr? Und dann gewinnst du halt 3-1. Man of the Match, ganz klar. Benito Rahman. Für mich persönlich hätte er drei Vorlagen gegeben. Statistisch gesehen tatsächlich nur zwei. Weil ein Ball dann abgefälscht war, bevor er zum Torwart kam, bevor er dann abgefälscht worden ist. Aber denkst du auch, dass Benito Rahman jetzt in der Rückrunde, speziell wo halt Dudikou Bakio oder halt auch Kovnatski regelmäßiger ausgefallen sind, jetzt sich in die Startelf gespielt hat? Das auf jeden Fall. Ich finde, Benito Rahman gehört auf jeden Fall zu unseren wichtigsten Spielern. Und, ähm, ja, der hat, der spielt halt, der hat, ja, was der jetzt in der Rückrunde abreißt, ist einfach überragend. Ähm, trotzdem ist für mich, ähm, Hennings Spieler des Spiels, was eigentlich auch damit zu tun hat, dass sonst kannst du Rahman eigentlich immer Spiele des Spiels, ja, sonst kannst du eigentlich immer sagen Rahman des Spielers des Spiels. Ja, es gab jetzt auch Spiele, ähm, wo es knapp war und ich gesagt hätte, oh, der Stöger hat so einen geilen Pass gespielt. Ähm, das war für mich einfach die Entscheidung. Im Prinzip sind zwei auf Augenhöhe mit Hennings und Rahman, aber ich gebe dann Hennings den Spielern des Spiels, weil Rahman, äh, noch häufig genug Man of the Match sein wird. Ja, dann, äh, fahren wir nach Berlin, 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 wir fahren nach Berlin und, ähm, wir haben mehr oder weniger, äh, Paldaldai, ähm, sein Trainerposten gekostet. Der wird jetzt ein, ähm, Sabbatjahr einlegen und dann seinen Posten als U23-Trainer oder U19-Trainer, keine Ahnung, wieder aufnehmen, den er vor ein paar Jahren mal angefangen hat. Ähm, Tore waren halt, weil der durch Rahman schön herausgespielte Dinger und das, äh, 2-1, dann macht er halt den Doppelschlag, einmal mit links, einmal mit rechts. Und dann durfte Paldaldai gehen. Tolles Spiel, Berlin, ja, ohne wirklichen Biss, ohne irgendwelche Ideen, komplett unspektakulär und es war halt einfach ein verdienter Erfolg für uns. Und du musst auch so Spiele haben, wo du halt dann zwei gute Aktionen hast, zwei Tore machst und die dann gewinnst, die den Mund abputzt und dann den Samstag vor dem Bayern-Spiel einfach sagen kannst. Ja, jetzt sitzen wir gemütlich auf der Couch und haben den Abstieg verhindert. Genau, ähm, ja, ich konnte das Spiel leider nicht, also ich konnte das Spiel nur in der Zusammenfassung gucken, weil ich, ähm, spontan arbeiten musste an einem Samstag. Ich such dir einen Bürojob, haben sie gesagt, da musst du samstags nicht arbeiten, haben sie gesagt, ne. Was ich zu dem Spiel beitragen kann, ist eigentlich nur Rahman, Spieler des Spiels, zwei Tore gemacht, langsam wird's langweilig mit Rahman. Der, der, der soll mal auch jemand anders, äh, ähm, Spieler des Spiels werden. Eine Sache, die mich halt stört bei, äh, Hertha-Fans, das Hertha-Fans, die regen sich ja immer auf, wenn man Hertha BSC Berlin sagt. Ähm, aber wo ich mir denke, so, ja, aber wenn ihr es in Europa, euer Logo schreibt, so, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr so genannt werdet. Also ich schreib ja auch nicht auf meinen Namen Schild Peter und bin dann genervt, wenn mich alle Peter nennen, so. Das ist so, ja, das ist, äh, seid ihr selbst schuld, sag ich mal so. Und, ähm, man kann sich auch einstellen, so. Also wird es auch theoretisch, äh, Kevin Stügge in diesem Match, äh, das Man of the Match oder Vertunnel des Spiels geben können, weil der einfach, ähm, unser Stratege im Mittelfeld war. Und der hat auch gute Pässe gespielt, aber wirklich für Rahman, das war halt tatsächlich eine One-Man-Show. Ja, das 1-0 vom Rahman, wo der dann gefühlt gegen fünf Verteidiger gespielt hat, beziehungsweise fünf Berliner standen um den rum und der dann guckt, keiner ist mit und dann, ja, okay, mach ich einen Übersteiger und schieß einfach mal drauf und fertig. Und dann war der Ball drin. War auf jeden Fall, ähm, ein gutes Ding. So leicht kann's gehen, aber wer hätte gedacht, dass danach, ähm, ja, komplett, ähm, weiß ich nicht, was der Verein ausrastet, mehr oder weniger. Alles aus den ruhigen Fahrwassern. Die, ähm, Posse im Winter mit Friedhelm Funkel und Robert Schäfer ist schon längst vergessen und, äh, erinnert sich auch keiner mehr dran. Ja, dann plaudert irgendwer aus dem, ähm, Aufsichtsrat und Robert Schäfer ist entlassen. Eure Meinung dazu gerne unter das Posting der aktuellen Folge. Ihr könnt es auch aufschreiben in unserer Facebook-Gruppe, gerne auf dem Twitter oder natürlich auch an projektmikapodmpodcast.gmail.com. Gerne eine E-Mail schreiben. Wir würden mit euch über die nächsten Wochen gerne darüber diskutieren, auch wenn das schon ein bisschen spät ist, wenn die Folge erscheinen würde. Ich denke, die wird vor dem Mainz-Spiel, würde die noch ganz kurzfristig, äh, erscheinen, nur damit ihr das noch wisst. Micha, ja, meine Meinung irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt hat der Herr Dr. Ernst, ähm, endlich, ähm, sein Buddy untergebracht. Ja, meine Frage an, an Reinhold Ernst ist, dein Ernst? Ja, billiger muss ich mal mitnehmen. Ja, der war, der war platt, aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, äh, er hat ja oft in Interviews vorgeworfen, ähm, Robert Schäfer, Kumpels oder alte Bekannte von, äh, vorherigen Wegen, ähm, in dem Verein zu beschäftigen und halt auch, äh, sich Beraterkenntnisse von Bekannten zunutze zu machen. Jetzt ist unser neuer, äh, Vorstandsvorsitzende, der Thomas, äh, Röttgermann, ist halt, ähm, ja, auch ne Buddy vom Herrn Dr. Ernst. Ja, das ist, ähm, ich verstehe das alles nicht, weil, ich höre zwar immer, dass der Schäfer viel kritisiert wird, aber ich denke mir, Schäfer ist, dem haben wir mehr zu verdanken, dass wir da sind, wo wir gerade stehen, als dem Funkel. Und halt dem Dr. Ernst. Ja, und, ähm, das ist, ja, weiß ich nicht, so jetzt, nur weil die dann irgendwie untereinander nicht klarkommen, den dann rauszuwerfen und dann wieder, so, ich sag mal so, vorm Bayern-Spiel, ich bin morgens aufgewacht und ich dachte mir so, ich hab so keinen Bock, ne, ich war, ich war so, ich war wirklich, wirklich abgefuckt, weil ich denke mir so, wir haben da wenigstens mal einen gehabt, der da wenigstens mal ein bisschen Professionalität reinbringt, bisschen Strukturen und... Ja, aber das war ein Fehler, glaub ich, Micha. Ja, und das wird jetzt alles wieder über einen Haufen geworfen. Der ist halt, der ist halt Manager-Typ, das heißt, ein Aufsichtsrat muss nur schon fast feststehende Sachen, also unterschriftsreife Sachen absegnen. Der kommt aus der Business-Welt und so kenne ich das auch, wenn du etwas fertig gemacht hast und es ist unterschriftsreif, dann gehst du zum Aufsichtsrat und sagst, Aufsichtsrat, hier, guckt euch das an, das haben wir jetzt erarbeitet, das ist schon unterschriftsreif, segnet es bitte ab, das machen wir für die Firma. So hat er gearbeitet. Unser Aufsichtsrat, unter anderem der Herr Dr. Ernst, möchte gerne, ach ja, wir verhandeln jetzt gerade hier mit dem und dem und ja, wir machen jetzt demnächst den und den Sponsor und das Event kommt dann demnächst auch. Also, die wollen Sachen wissen, die den Aufsichtsrat eigentlich nicht zu interessieren haben, weil den Aufsichtsrat eigentlich nur Fakten zu interessieren haben. Fakten zu interessieren, Daten und Zahlen, Quartalszahlen. Deswegen treffen sich unter anderem bei Kaiserslautern, bei Nürnberg, bei Bayern, die Aufsichtsräte sich auch nur quartalsweise. Bei uns treffen die sich gefühlt jede Woche im Herrenclub zum Kaffee trinken. Und das ist halt dann, keine Ahnung, es ist halt wieder Klüngelei und das geht mir halt so richtig auf die Eier. Ich habe keine Ahnung, wir haben jetzt mit Christian Koke jemanden eingestellt als Marketingvorstand in der Position, die jetzt schon länger verkannt war. Was technisch gesehen auch eine sehr gute Personalie ist. Wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass der Robert Schäfer, der jemanden an der Angel hatte, ja, der kommt jetzt zum Verein. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass der Dodi Lukabakio tatsächlich eigentlich nur Robert Schäfer-Verpflichtung in Watford war, also im Trainingslager von Watford. Und das nichts mit unserem Sportvorstand zu tun hatte, der ehrenamtlich da ist, Erich Rute-Möller. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es weitergeht. Lutz Fannstiel soll angeblich, ja, bleiben können. Wäre ja auch blöd, wenn du den Jensen entlässt. Dann hast du niemanden, der den gerade für nächste Saison plant. Zusammen mit Erich Rute-Möller werden die da auf jeden Fall, denke ich, einen guten Job machen. Fehlen werden natürlich die Kontakte von Robert Schäfer. Vielleicht bringt Röttgemann auch was zu Bremen oder irgendwas mit. Ich habe keine Ahnung. Wir haben so ein bisschen seine Vita angeguckt. So wirklich, ja, überragend war es auch nicht. Aber das war die auch von Robert Schäfer nicht. Aber Robert Schäfer hatte halt den krassen Business-Hintergrund sozusagen als Steckenpferd, wenn du so möchtest. Ich halte jetzt gerade fünf Minuten Monolog und habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin will. Aber, ja, mich ja. Ja, das einzig Gute, was ich dem Röttgemann zumuten kann, ist, dass die Familie von dem irgendwie aus Neues kommt. Das heißt, er hat ein bisschen regionale Verbundenheit. Aber, ja, ich sag mal so, er hat bei mir erstmal... Eine schlechte Rüste. Ja, er hat große Fußstapfen, in die er treten muss. Und ich sag mal so, wenn er sie erfüllt, also wenn er das erfüllt, was ich von ihm erwarte und dann im Vorstand halt keine, wie soll ich das sagen, uns dann im Vorstand wenigstens harmonisch abgeht, dann sage ich mir, ja, okay, alles richtig gemacht. Aber ich weiß nicht, ob's, also... Es wird die Zeit nur zeigen. Wir haben jetzt zum Glück jetzt nicht mehr viele Spiele, bis dann die Sommerpause endlich da ist. Dann können wir alle schön in die Sommerferien gehen, in den Sommerurlaub gehen und uns die Sonne auf den Körper brutzeln lassen und dann schön braungebrannt beim ersten Saisonspiel in der Kurve stehen. Unsere Juwelen schön verkaufen und dann kann man mit dem gesammelten Geld vielleicht Kovnatski kaufen. Aber eine Sache, jetzt habe ich aus Versehen übergeleitet, eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil wir ja gerade über die Vorstandsstrukturen und so geredet haben, ist Robert Palikuccia, der jetzt Sportvorstand bei Nürnberg wird, hat mich überrascht. Aber für ihn freut's mich. Bei ihm soll's ja angeblich auch irgendwelche Querelen gegeben haben mit Uwe Klein. Ja, nicht wirklich Querelen. Robert Palikuccia hat halt das Problem, dass der, nachdem er hingewechselt ist nach Fortuna, also als Büromanage, sag ich mal, hatte er halt die Ambition, irgendwann Vorstandsvorsitzender von Fortuna zu werden. Im Prinzip die Rolle, die jetzt der Pfannenstil hat. Genau, da wollte der hin oder der wollte halt die Position, wo der Robert Schäfer ist, aber das sah er dann schlecht, dass nachdem er bis 22 verhandelt hat, weil er die Position dann nicht bekommen hat, die Vorstandsport ist, also Sportchef ist, keine Ahnung, was auf jeden Fall so zwanschlitzig ist. Hat er dann gesagt, ja, ich hab ein Angebot aus Nürnberg und ich hab jetzt Bock, Chef zu sein oder einer der Chefs zu sein, dann mach ich das jetzt auch. Blöd für ihn ist das dann gelaufen, dass dann irgendwie nur zwei Wochen später dann es vorbei war mit Robert Schäfer und er einer der Kandidaten gewesen wäre für diese Position. Ja, ich finde auch gut, dass Fortuna, sag ich mal, dann ein Verein ist, wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich hab hier jetzt ein Angebot liegen, das würde mich weiterbringen und das würde ich gerne machen, dass dann Fortuna sagt, okay, du hast so viel Guts für den Verein geleistet als Spieler und als, ja, ich glaube, er hat angefangen als Scout sogar oder ja, als besserer Scout. Und, ja, da finde ich gut, dass man so einem dann auch sagt, okay, den nächsten Karriereschritt, dann geben wir dich frei. Er war erst Jugendtrainer, dann Scout und im Moment war er dann Videoanalyst in Düsseldorf für die Scouting-Abteilung unter Uwe Klein. Ja, und Kaderplaner halt. Genau, der ist halt dafür dann zuständig. Du hast eben schon ein bisschen auf die, der mich hat zwar eben schon auf die Transfers übergeleitet, aber wir sprechen jetzt erstmal noch über Schwarzmarkt-Bayern-Tickets. Und, dass das kommt, war auf jeden Fall klar, weil das Spiel war ja schon, keine Ahnung, irgendwie ein paar Stunden, nachdem die Website zusammengebrochen ist. Ich glaube, das war, glaube ich, ich habe unterschiedlich, also ich habe gelesen, das soll irgendwie 15 Minuten, nachdem die Karten erhältlich waren, sollen die schon ausverkauft gewesen sein. Ich habe irgendwie abends, als ich von der Arbeit nach Hause kam, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich da noch ein Ticket kriege, habe ich mal reingeguckt, dachte mir so, oh, okay, ich kriege noch ein Ticket. Aber da gab es auch nur noch gefühlt drei oder so. Ja, du hast halt das Glück gehabt als Vereinsmitglied und Supporter halt. Ja, auf jeden Fall war es so, ich habe dann irgendwie abends um halb acht oder so reingeguckt und dann dachte ich mir so, okay, das ist zwar eine Karte für fast Bayern-Block, aber würde ja keiner meckern, wenn man noch Tickets kriegt. Ja, auf keinen Fall. Klar, für Tunnel spielt der im 4-3-3 eigentlich alles scheißegal. Ja, FC Bayern, so souverän wie nie, wenn die die ganze Saison so gespielt hätten, wären die weit vorne Champions League Halbfinale und ja, keine Ahnung. Bayern hat uns einfach platt gemacht, wir haben eine erste gute Halbzeit gespielt, haben zwei halbe Fehler gemacht, Bayern macht dann zwei Tore. Ja, in der Hälfte 2 sind die beiden einfach qualitativ zu krass für uns und es kam von uns zu wenig, es war einfach wie so ein Freundschaftsspiel. Keine Ahnung, duft es raus, kurz noch der 3-1-Anschluss-Karwalern durch Duddy Lukebakyo, der macht dann vom Punkt unten links nach so einem Handspiel von Mats Hummels. Ja, es war halt so ein Spiel, wo die dann, ja, wo es dann irgendwann, irgendwann war es klar, okay, das wird eh nichts. Vor allem, wenn zur Halbzeit dachte ich mir so, okay, nach der Halbzeit kommt noch Lukebakyo, dann kommt vielleicht noch ein bisschen Offensivdrang, aber dann dachte sich der Funkel, ah, scheiß drauf, 2-0, wird eh nichts mehr, dann spielen wir so, dass wir nicht noch, äh, nicht noch abgeschossen werden. Ähm, ja, auf jeden Fall, mich hat es halt geärgert, dass man nicht noch, äh, nicht direkt zur Halbzeit als 2-0 stand, vielleicht noch mal mit was Offensiven, ähm, versucht hat und, ähm, ja, und dann war es halt so ein, von Bayern so ein souveränes Rumgeschiebe und Ball, äh, so eine, so ein Dominanz-Ding und dann wird es halt nichts und dann war es halt, es war wirklich ein komplett langweiliges Spiel. Dann, ähm, ja, der Handelfmeter, wo, wo ich dann auch, wo ich, der Handelfmeter, also, wo ich mir denke, so, im Stadion dachte ich mir so, das war ein klares Handspiel, hat man dann auch gehört, weil die Fans komplett ausgerastet sind. Und dann war es halt auch so, ja, okay, das ist so ein Ding, kannst du geben, musst du nicht geben. Das Problem, das Problem ist, das, äh, kann ich dir kurz erklären aus Schiedsrichtersicht, ich hab da mit einem, äh, Schiedsrichter, ob man hier aus dem Niederrhein-Verband gesprochen. Problem ist, er hat die Arme oben, macht sich groß, macht sich breit, das sollen die Spieler nicht tun, weil man sagt, grundsätzlich alles, was über den Schulterhöhe ist, ist Absicht. Ähm, hätte er die Hände nicht so weit oben gehabt, wäre es kein Handelfmeter geworden, er hat die Hände oben, selbst schuld, gibt's dann Handelfmeter. Die werden zumindest davor, so sagt ja der DFB, äh, vor der Saison auf so Verhalten geschult, wird sitzen die alle in so einem komischen Konferenzraum, wie früher in der Schule, einmal in der Aula, und dann wird von Oberleger erzählt, das dürft ihr nicht tun, und das ist strafbar, und dann geht's weiter. Ja, was ich, ähm, ja, für mich war es halt so ein Ding, kannst du geben, musst du nicht geben, aber was ich lustig fand, war, als ich dann, ich bin ja immer, ich guck dann ja immer nach dem Spiel nochmal bei, bei Twitter und so rein und Facebook, äh, was halt die, die Gäste so, oder der Gegner immer geschrieben hat, und wie die ausgerastet, das fand ich richtig lustig, wie die Bayern-Fans ausgerastet sind, weil es in der 90. Minute beim Stand von 3-0 für Bayern einen, einen Kannelfmeter geben, und ich hatte das Gefühl, die wären komplett, das komplette Spiel verpfiffen worden, weil es einen, also, dass das ja alles lächerlich war, und der größte Skandal seit Heutzer, und, wo ich mir auch dachte, so, ey, die Bayern-Fans sind so Heulsusen, also zumindest in dem Sinne, ne, wo ich mir auch dachte, kriegt euch ein, ob ihr jetzt 3-0 oder 4-1 gewinnt, oder 3-1 gewinnt, interessiert auch keinen, aber die großen Bayern haben, haben vier Tore von Luque Bakio kassiert, Lappen, deswegen müssen die sich jetzt einpinkeln, und, äh, das fand ich sehr lächerlich, und, ja, dass man sich dann noch darüber aufregt, dass es ja nicht zu 100%ig eine Fehlentscheidung war. Unser Headcoach, äh, Friedhelm Wunkel, der hat halt nach dem Spiel gesagt, so, ja, ist halt dusselig von ihm, äh, warum reißt er die Arme hoch, ähm, Fortuna hat schon für weniger klare Handbewegungen, die unnatürlich sind, ähm, Elfmeter bekommen. Nicht nur einen, die so. Gegen sich, mehrere, ne, äh, von daher, äh, soll er sich nicht beschweren, Bayern hat geil gespielt, die haben gut gewonnen. Es ist nicht so, als wäre Fortuna deswegen 1-0 gewonnen, aber die stellen sich an, als hätte Fortuna deswegen 1-0 gewonnen. Wir haben einfach das ganze Spiel keinen Zugriff gehabt, und dann schieben wir die Keule einfach auch weg, nächstes Spiel ist meins, äh, für uns sehr wichtig ist, weil dort können wir unsere neuen gesetzten Ziele mit 40 Punkten und einfach so viele Punkte wie möglich sammeln und Siegprämie mitnehmen, wie es geht, können wir dann erreichen. Jetzt, äh, kurz einfach deinen Tipp, wir müssen nicht viel über das Mannspiel sprechen, vielleicht, ähm, hören die Leute die Folge dann auch erst nach dem Mannspiel. Ähm, ja, äh, mein Tipp gegen Mainz ist, ähm, ein 3-1-Sieg. Ich, äh, denke mal, dass wir gegen Mainz, äh, 1-0 gewinnen und, ähm, uns dann über ein tolles Freistoßtor von Kevin Stöger freuen. So, kommen wir noch kurz zu, äh, den Transfergerüchten, da habe ich mir eine eigene Überleitung gebaut, ne? Michael, Kevin Stöger, AS Rom, österreichischer Nationalspieler, geht nach Italien. Das klingt so komplett typisch. Ähm, ja, zumindest soll AS Rom an Stöger interessiert sein. Ähm, weiß nicht, weil aktuell liest man ja das Gefühl, die halbe Mannschaft von Fortuna dann irgendwo anders spielt nächste Saison, aber, ähm, ich sag mal so, wenn es gut bezahlt wird, dann, äh, ist okay. Klar, die Mannschaft ist halt, äh, gesichert, ne? Es kann nichts mehr passieren und jetzt kommen halt die ganzen Gerüchte und das ganze He-Set-She-Set raus. Und, ähm, klar, Kevin Stöger, äh, laut dem Gerücht sind es 9 Millionen. Und das Angebot tatsächlich real ist. Dann denke ich, Fortuna sollte das annehmen. Man hat ja mit Thomas Plädel schon einen verpflichtet fürs offensiven Mittelfeld. Keine Ahnung, wie gut der ist. Ist auf jeden Fall ein paar Jahre jünger. Ähm, war jetzt in der zweiten Liga mit Ingolstadt nicht ganz so krass drauf, wie komplett Ingolstadt irgendwie dieses Jahr. Mal gucken, was er dann leisten kann. Äh, Eihahn, ähm, ja, will die halbe Liga, den haben, also alles, was über uns steht, also über Platz 10, ähm, will dann, äh, kann Eihahn haben. Frage ist halt, tut er sich einen Gefallen damit oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass Bayern und Dortmund an ihm dran sind. Da sind ganz andere Kaliber im Gespräch. Und, ähm, ich weiß nicht, ob Gladbach unbedingt eine krasse Verbesserung wäre. Und für Leipzig ist er eigentlich zu alt. Bei Eihahn, ich weiß nicht, ich habe gehört, dass er angeblich eine Ablösesumme haben soll von 2,5 Millionen. Ja, aber auch nur bis zu einem, aber auch nur bis, äh, bis Ende März, glaube ich. Oder bis Ende April. Irgendwie sowas. Wo ich mir dann auch denke, ja, 2,5 Millionen, das ist ein Witz. Also, aber das ist halt eine... Es wäre halt, wenn Fortuna den Transfer zustimmt. Aber die müssen ja keinen Transfer zustimmen bis zu einem gewissen Datum. Aber jetzt müssen die einfach nur irgendwie bis Ende des Monats, äh, das Ding rauszögern und, äh, ja, dann läuft's. Meinst du, tut sich ein Gefallen damit, ähm, zu wechseln? Oder sollte er lieber noch, ähm, so lange bei der Fortuna bleiben, bis, sagen wir, die erste Liga spielt? Ich finde, Eihahn sollte für immer bei Fortuna bleiben. Das ist halt... Ja, ich finde ihn halt überragend. Und, ähm, deswegen... Umso länger er bleibt, umso besser. Bleiben wir direkt zentral in der Mitte. Robin Baumut nach Nürnberg. Ähm, ich habe gehört von einer Laie nächstes Jahr, wenn Nürnberg zweite Liga spielt. Weil, den hauen irgendwie ein oder zwei Innenverteidiger ab und die hätten dann gerne den, äh, Zweitliga-erfahrenen Robin Baumut. Meinst du, so eine Laie für Robin Baumut, ähm, macht dann tatsächlich Sinn? Oder wenn man ihn, sagen wir, einfach mal verkauft, macht das Sinn oder sollte man ihn eher halten? Weil, stand jetzt, Margin Kaminski wohl eher nicht zurückkommt, wenn man keine fünf oder sechs Millionen auf den Tisch legt. Ja, ich finde, Baumut sollte man einfach mal spielen lassen. So, also ich bin, ich bin auf jeden Fall froh, wenn, wenn Baumut im Verein bleibt. Obwohl ich mir auch sagen würde, er wäre von, von den Leuten, die aktuell als Abgänger im Gespräch sind, auf jeden Fall der, der kleinste Verlust, sage ich mal. Er spielt ja nicht. Ja, genau. Und, ähm, ja, deswegen denke ich mal so, ich fände es schade, weil ich ihn eigentlich sehr mag und für einen sehr guten Spieler halte. Aber, ähm, das wäre dann so, wo ich mir denke, so, ja, wenn der Verein nicht auf ihn baut, dann ist klar, dass man sich was anderes sucht. Man baut halt ihn nicht auf jeden Fall, Friedhelm Funkel halt auf, ähm, erfahrene Spieler setzt. Problem ist halt, kannst du für nächste Saison einen erfahrenen, gerade so wie Friedhelm Funkel sich das wünscht, halt, ähm, aufbauen. Und warum zahlen ist halt das Problem, Kaminski geht. Und wenn Stuttgart absteigt in die zweite Liga, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die ihn brauchen werden, weil der hat auch einen Vertrag, der in Stuttgart, der für die zweite Liga gültig wäre, weil, ähm, dann außer Margot überkämpft die komplette Innenverteidigung weg wäre, ähm, bei Stuttgart. Und dann brauchen die auf jeden Fall Kaminski. Sollten die drinbleiben, dann denke ich, könnten wir den für um die drei Millionen kaufen, wenn man das Geld hat oder Geld ausgeben möchte. Ähm, Suttner ist halt so ein Thema für sich, ähm, ich denke mal nicht, also sollte Dio Contento wieder fit werden zum Anfang der Saison, dann, äh, wird man den auch wieder, äh, zurück nach England gehen lassen. Armin Barkok, ja, ähm, ist halt Armin Barkok. Wir sind nicht ganz fisch, nicht fly, ich habe ihn jetzt über diese Woche darüber gesprochen. Und es ist halt so ein Ding, ja, wenn du ihn, äh, günstig kriegst für unter zwei Millionen, sollte man das auf jeden Fall machen. Der ist jung, der kann, äh, auf den Außen, der kann auch zentraloffensiv überall spielen. Ist halt natürlich defensiv, äh, nicht so stark, aber das Potenzial hat der. Dann solltest du ihn kaufen. Wenn es tatsächlich diese von der Bill zitierten sechs Millionen sind, dann macht man es halt nicht. Äh, weil er dann, weil das dann einfach für ihn, was er aktuell leisten kann, einfach zu teuer ist. Und, ähm, ja, Luke Bakio wird, denke ich, nicht zu halten sein, außer Watford sagt, ey, das hat bei euch geil funktioniert, wir brauchen den noch nicht. Behaltet den noch mal, ja. Ja, wenn, wenn Luke Bakio, dann glaube ich, man kann ihn dann vielleicht noch für ein Jahr ausleihen, aber das Ding ist, der hat ja auch vor dem Bayern-Spiel sein, sein Interview gehabt, wo der dann auch gesagt hat, der ist sehr dankbar für dieses eine Jahr bei Fortuna. Und, also, es klang schon so, als würde er sagen, ja, tschö. Ähm. Ähm, aber die Frage ist, äh, als Gerücht steht ja Schalke im Raum. Tut er sich für Schalke einen Gefallen, oder meinst du, es geht tatsächlich nach England, Italien? Weiß nicht, Schalke ist ja eigentlich eine Mannschaft, die um die europäischen, die normalerweise um die europäischen Plätze mitspielt. Ja, aber gefühlt nicht die letzten fünf Jahre. Außer letztes Jahr vielleicht, weil Tedesco die zum Vizemeister gemauert hat. Ähm, ja, aber eigentlich ist Schalke ja schon ein interessanter Verein, aber, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der wird dann eher nach England, vielleicht bleibt er auch bei Watford und, ähm, ja, aber ich glaube auf jeden Fall, ähm, bei Luke Bakio bin ich mit 90% sicher, dass er in der Saison nicht bei Fortuna spielt. Was ist mit, äh, David Kovnatsky? Das ist so ein bisschen das Thema. Klar, 5 Millionen, äh, wurden mal zitiert, irgendwas zwischen 5 und 8. Und mittlerweile soll es halt ein 2-Schläger-Millionen-Betrag sein. Aber meine Überlegung ist, wenn wir zum Beispiel, äh, Stöger verkaufen für 10 Millionen, vielleicht, ähm, Robin Bournemouth für eine Million noch abhaut, ne? Ähm, ähm, und wir dann, äh, Barcock nicht kaufen und Suttner nicht halten und Kaminski nicht kaufen können, weil Stöger den einfach nicht hergeben will. Warum dann nicht die 10 Millionen ausgeben für einen Spieler, den du dann nach zwei Jahren für 20 verkaufen kannst? Ja, ich finde, ähm, Kovnatsky ist, ähm, er hat ja selbst ganz am Anfang, als er bei Fortuna angefangen hat, gesagt, dass er für, dass er eine Kaufoption für 12 Millionen hat, wo aber alle Medien irgendwie trotzdem nur 5 geschrieben haben. Und deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall 12 Millionen sind, die, ähm, äh, jetzt habe ich vergessen, von woher kommt, ähm, Spiel, die, auf jeden Fall wollen die 12 Millionen haben. Emporia Genua. Man, man könnte es schon ausgeben, aber will man dann so viel Spiel, Geld für einen Spieler ausgeben, dann ist halt auch die Frage, ob man, wie viel Geld man für Rahman kriegt, ne? Ob man dann irgendwie 10, 15 Millionen für Rahman kriegt. Also ich würde behaupten, wenn man Rahman verkauft für gutes Geld, dann würde ich den kaufen, also man müsste, glaube ich, auf jeden Fall einen Spieler für teuer Geld verkaufen, um Kovnatsky, ähm, halten zu können, was ich sehr schade finde. Das Rahman-Rechenspiel ist ja, ähm, Ich denke mal nicht, dass er nach Gladbach, also das Rechenspiel ist, dass er entweder nach Gladbach, Frankfurt oder irgendwo nach England geht. Ähm, ich denke mal nicht Gladbach. Kommt drauf an, ob Hazard jetzt die Saison wechselt oder erst in der Saison. Ja klar, wenn Hazard für 40, wenn Hazard wirklich für 40 plus, ne, Millionen geht, dann, ähm, wechselt Rahman für 13 Millionen auf jeden Fall nach Gladbach. So viel, so viel kann ich dir sagen, so viel Insider-Wissen habe ich. Ähm, verkauft Gladbach, aber Hazard, Hazard nicht für 40 plus Millionen. Kaufen die auch nicht Rahman für 13. Weil Frankfurt mit Jovic, Rebic und Haller drei Topspiele hat, die jeweils um die 40 Millionen taxiert sind, die die aber auch schon jetzt verkaufen müssen oder können. Also zumindest Jovic ist heiß für die Bayern, Rebic ist heiß für die Bayern und die Insel Haller zurück nach Frankreich ist ein krasses Thema momentan. Ähm, auch nach England ist für ihn eine gute Option, auch einige Top-Klubs aus Spanien sind dran, Atletico zum Beispiel, die wollen den haben. Ähm, das heißt, die können Transfer plus von 29 Millionen erzielen, dann zahlen die auf jeden Fall diese 13 oder kompetitiv mehr als Gladbach und England, die haben halt einfach Kohle. Ja, das ist halt, äh... Also ich fände es, ich würde mich freuen, wenn, äh, Kownazki, äh, nächste Saison auch bei Fortuna spielt. Aber, ähm, das wird dann, glaube ich, ein teures Vergnügen. Ja, da ist die Frage, ob sich das lohnt, dann, sag ich mal, 12 Millionen für ein Spiel auszugeben oder ob man dann irgendwie lieber 2 oder 3 kauft für das Geld. Ähm, aber das steht dann ja auf einem anderen Settel. Das wird es dir zeigen, du hast ja theoretisch, haben wir das schon mal vorgerechnet, dass, ähm, durch die TV-Gelder wäre es theoretisch möglich, ihn zu halten. Also ohne, wenn du die Transfereinnahmen nicht rechnest und dann sagst, okay, ohne Transfereinnahmen, ähm, können wir Spiele verpflichten, dann hast du auf jeden Fall das Geld für ihn, weil dann Fortuna 15 Millionen für Spieler hätte. Nur von dem reinen Budget her. Egal, äh, Zimmer nach Russland irgendwo und Zimmermann irgendwo nach England halte ich für unrealistisch. Jetzt, ähm, ist natürlich de facto jede Menge Arbeit für unsere Führung. Die mussten jetzt mal richtig, äh, in die Küche klotzen. Klar, äh, gesucht wird ein, äh, günstiger deutschsprachiger Torwart. Mit Esser gab es Gespräche, mit Martenia auch und ob der Kobel dann jetzt nicht doch nach Bayern geht. Wir wissen es nicht, vielleicht ist dann Sven Ulreich als Stammkeeper zu haben. Der ist ja mit seinen 30 auch noch recht jung. Die ja für Fortuna-Verhältnisse für den Torwart, äh, ja. Aber anderer Bayern-Torwart ist auch ein Gespräch. Äh, Christian Früchtl, so ein bisschen das Bayern-Juwel, ähm, im Tor vor ein paar Jahren mal gewesen. Oder ist es immer noch? Mittlerweile hat er Haare. Und, äh, ja, keine Ahnung, die Bayern suchten angeblich, ähm, eine Live-Station für ihn für zwei Jahre, wo er in der Bundesliga, ähm, viel Spielpraxis sammeln kann. So, jetzt diskutieren wir ein bisschen Bayern-Gerüchteküche. Macht es denn Sinn für den FC Bayern, ein, ähm, Torwart-Juwel in die Bundesliga zu verleihen für zwei Jahre? Und mit Nübel, dem aktuellen Schalke-Torwart, sich praktisch hinter Manuel Neuer eine junge Nummer zwei als Juwel zu setzen? Ähm, ja, ich denke mal, man guckt einfach, der, der Früchtl, äh, der ist, glaube ich, 19, der soll jetzt für zwei Jahre erstmal ausgeliehen werden, weil der, ja, hinter Neuer und Ulreich halt keine Möglichkeit hat. Und, ähm, ich habe halt nur gelesen, dass Bayern den ausleihen will für zwei Jahre und dass dann Augsburg und Fortuna angeblich interessiert sein sollen. Aber was da dran ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt gut fände, wenn man, wenn man dann, also ich würde es gut finden, wenn man einen 19-Jährigen mal, ähm, spielen lässt, aber dann auch gerne einen, der einem gehört. Und, ähm, den man dann auch nicht nur für zwei Jahre hat, sondern vielleicht mal für fünf, sechs. Gucken wir mal, wie weit es dann geht, Michael. Hast du noch irgendwie, äh, letzte Worte, bevor wir die aktuelle Folge abschließen? Nee, eigentlich nur, dass wir, äh, gesündigt haben, weil wir am Karfreitag Bier trinken und Podcast aufnehmen und Spaß haben. Das darf man ja nicht, äh, hab ich, äh, hab ich so gelernt, damals. Damals, als du noch jung warst? Damals, als ich, als ich noch gezwungen wurde und keine eigene Meinung hatte. Aber ich hab, äh, aber ich hab gelernt, man muss nicht immer das Salz in der Suppe suchen. Und mit diesem Zitat, äh, bringe ich euch so ein bisschen auf den, äh, auf das Ende der Folge, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eure Meinungen zu den Themen oder Feedback, gerne unsere mir gefunden, 95-Facebook-Gruppe oder bei YouTube in die Kommentare oder unter diesen Post auf Facebook, wenn ihr es gefunden habt. Diese weiteren Links sind natürlich in den Shownotes. Und Filmstil auf eigentlich uns helfen uns sehr, unser Produkt zu verbessern und natürlich auch euer Feedback so ein bisschen zu generieren. Wir freuen uns auf euch. Wir wissen nicht, ob wir das nächste Mal aufzeichnen werden. Wir sind diese Saison wie immer regelmäßig, unregelmäßig. Ja, wir wollten ja eigentlich direkt nach dem Berlin-Spiel aufnehmen, aber da musste ich ja spontan arbeiten, deswegen. Ja, das ist ja, das kommt, das kommt. Es ist eigentlich auch nicht geil, dass der, dass die Folge jetzt wahrscheinlich, äh, direkt vor oder nach dem Mainz-Spiel kommt, aber ging halt nicht anders. Also, es ging halt nicht anders. Ostern ist, äh, uns ein bisschen dazwischen gekommen. Ostern, Samstag, Ostern. Scheiß, Ostern, was stirbt der Spaß und was steht der wieder auf? Auf der Spaß. Ostern, Samstag, Ostern, Sonntag. Mit Spaß meine ich Jesus. Jesus. Ich wusste gar nicht, dass wir, ähm, über, äh, Bayern-Spieler sprechen. Ach, der heißt Rames, ne? Ja. Verdammt. Egal, fünf Stunden auf iTunes. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Äh, ich bin der Wampendribbler. Neben mir sitzt der, äh, Schwerenski 8. Und, äh, ich würde sagen, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Hau rein, Digger. Hau rein, Digger. Untertitelung. BR 2018